Hallo, ich bin's Ruth. Willkommen zurück auf meinem Kanal Zwischentausend Zeilen. Ich erzähle euch heute von den vier Büchern, die ich derzeit lese und erzähle euch auch, warum eins der Bücher etwas Besonderes mit mir zu tun hat. Ich lese im Moment in drei Leserunden wirklich extrem unterschiedliche Bücher und habe mir dann noch ein viertes ausgesucht, was ich derzeit als Hörbuch höre und was ich wirklich nur für mich lese, nicht in einer Leserunde. Vielleicht fangen wir einfach an mit Ich höre im Moment als Hörbuch Not Forgetting the Whale von John Ironmonger, das ist mittlerweile schon ins Deutsche übersetzt worden und zwar Der Wahl und das Ende der Welt. Das ist ja schon ein Titel, der gerne auf Booktube in die Kamera gehalten wird. Hier geht es um den jungen Mann Joe, der in der Nähe eines englischen Küstenorts am Strand gefunden wird und die Dorfgemeinschaft darüber natürlich in helle Aufregung gerät. Gleichzeitig wird nämlich an der Küste auch ein Wal gesichtet. Das ist relativ unüblich für diese Küstenregion. Joe ist aus London geflohen, muss irgendwie so ein bisschen untertauchen. Er hat nämlich mitbekommen, was in London gerade so abgeht und da steckt dann auch so ein bisschen der Titel, der deutsche Titel zumindest, mit drin, nämlich Das Ende der Welt. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil es mir beim Lesen auch sehr viel Spaß gemacht hat, nicht viel zu wissen und von einem Richtungswechsel im Buch relativ am Anfang ziemlich überrumpelt gewesen zu sein, aber auf positive Weise. Ich finde vor allen Dingen diesen Charme des englischen Küstendorps total gut. Also das kommt extrem gut rüber, dass da so ein paar schrullige Menschen wohnen, die aber sehr fest zusammenhalten und die sind vor allen Dingen auch schrullig, ohne irgendwie so ein bisschen nervig zu sein, sondern das sind einfach sehr interessante Menschen. Und dann verfolgt man auch Joe und was er erfahren hat und was ihm in London vorher widerfahren ist. Und ich kann es bisher gut empfehlen. Der Anfang ist mir sehr schwer gefallen, weil ich irgendwie gar nicht wusste, in welche Richtung es geht. Und dann habe ich irgendwie so innerlichen Widerstand aufgebaut, weil ich nicht wusste, wird das jetzt ein Roman und es geht nur um diesen Küstenort oder wird es irgendwie so ein Science-Fiction-Ding oder wie auch immer. Es ist ein Genre-Mix, darauf muss man sich einlassen, aber bisher gefällt es mir ganz gut und ich werde da auch gerne weiterhören. Vielleicht dann zu dem Buch, was ich mir selber ausgesucht habe, was ich nicht in einer Leserunde lese. Ich habe am Anfang gesagt, dass es was mit mir zu tun hat. Der Titel ist nämlich A Wedding in December. Die Autorin ist Sarah Morgan, das höre ich als Hörbuch im Moment. Das ist bisher noch nicht ins Deutsche übersetzt worden, aber die Bücher von Sarah Morgan werden meistens in einem Jahr Abstand ziemlich regelmäßig übersetzt, also wahrscheinlich dann im nächsten Herbst. Und der Titel Eine Hochzeit im Dezember drückt ziemlich genau meine eigene letzte Woche aus. Es geht hier um Maggie. Die zwei Töchter hat nämlich Rosie und Katie und Rosie hat sich vollkommen impulsiv verlobt und zwar mit einem Mann, den sie weniger als vier Monate kennt und die Hochzeit soll auch relativ zeitnah stattfinden, nämlich am Heiligabend in Colorado, während Maggies Familie, also Roses Familie eigentlich aus England kommt. Und der zukünftige Mann ist aber Amerikaner und die ganze Familie reist dann nach Colorado in die verschneiten Berge und dort soll die Hochzeit stattfinden. Und die Geschichte wird aus allen drei Perspektiven erzählt, also Rosie, Katie und Maggie. Und alle drei haben in ihrem Leben unterschiedliche Baustellen gerade. Maggie hat ihren Töchtern nämlich zum Beispiel noch nicht gesagt, dass sie sich gerade vom Vater der Töchter scheiden lassen will. Katie auf der anderen Seite ist relativ unromantisch veranlagt und will ihre Schwester vor einem Fehler bewahren. Und in den Sequenzen, die aus Roses Perspektive erzählt werden, kriegt man mit, dass Rosie sich doch nicht so sicher ist, ob die Hochzeit vielleicht die richtige Entscheidung ist. Mit dem Problem der Braut konnte ich mich jetzt nicht besonders gut identifizieren. Meine vergangene Woche ist sehr entscheidungssicher verlaufen. Ich werde euch einfach im Lesemonat mehr erzählen. Ich finde alle drei Perspektiven der Frauen total unterschiedlich und sehr, sehr emotional irgendwie. Also das sind so Frauen, die könnten auch in meiner eigenen Familie sein. Das fand ich irgendwie bisher schon sehr schön und höre auch gerne weiter. Und wie gesagt, dann im Lesemonat mehr zu A Wedding in December von Sarah Morgan. Wieder was ganz anderes ist Ein Märchen im Winter von Kate Lord Brown. Das ist unser aktuelles Clubbuch im Buchclub All You Can Read. Und wir haben alle dieses Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen, was natürlich total toll ist. Ich hatte nicht erwartet, dass das ein historischer Roman ist. Ich hatte mir vielleicht vorgestellt, dass es so à la Lucinda Riley, Kate Morton und so vielleicht in zwei Zeitebenen erzählt wird. Der Klappentext sagt nämlich, dass es sich bei der Protagonistin um Grace handelt, deren Mann sein ganzes Geld verloren hat und dann auch verstirbt und Grace mit der gemeinsamen Tochter zurücklässt. Und Grace tritt deswegen die Assistentenstelle bei einem reichen Gutsbesitzer an, der seine Memoiren schreibt und eben Hilfe dabei braucht. Und sie zieht dann auch auf das Anwesen. Also auf dem Anwesen gibt es einen Cottage und da zieht sie rein. Und die Geschichte beginnt im Winter und Grace erfährt dann auch, dass ihre eigene Geschichte vielleicht mit der Geschichte von diesem reichen Mann zu tun hat. Und es dreht sich alles um eine antike Brosche. Und ich habe diesen Klappentext gelesen und dachte an Winter und Familiengeschichte und so weiter. Und die Geschichte spielt aber in den 70ern. Also Grace lebt in den 70ern und muss sich irgendwie als verwitwete Frau durchs Leben schlagen, hat außerdem ihren ganzen Besitz verloren. Und die Geschichte von diesem reichen Mann, Frasier heißt der, wird dann in der Rückschau erzählt, während er eben seine Memoiren schreibt. Und das ist dann sozusagen die zweite Zeitebene. Aber ich hatte überhaupt nicht erwartet, dass das nicht, zumindest teilweise, in unserer Zeit spielt. Es gefällt mir aber total gut. Das Anwesen ist toll beschrieben. Und vor allen Dingen ist der Frasier eine sehr exzentrische Figur, ohne irgendwie clownig zu wirken. Ich habe auch total viel Freude daran, Grace dabei zu begleiten, wie sie so langsam neuen Lebensmut fasst und sich auch selber eine Existenz aufbauen will. Das ist in den 70er Jahren für alleinerziehende Frauen auch gar nicht so üblich. Das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, da ihre Geschichte zu lesen. Was ich allerdings bisher schon ein bisschen schade finde, ist, dass wir uns nicht die ganze Zeit im Winter befinden, sondern dass die Geschichte über ein Jahr verteilt wird. Das hat auch Sinn. Also die Geschichte ist strukturiert nach zwölf Monaten. Und wenn ihr das lest, dann hat das auch Sinn. Ich verspreche es. Aber ich hatte mich halt irgendwie so ein bisschen auf eine Wintergeschichte eingestellt. Das ist total mein Ding. Also das will ich dem Buch nicht als Kritik anlasten. Aber ich finde, dass es ein bisschen zu stark im Zeitraffer erzählt wird. Also wir sind jetzt schon im Mai und es ist irgendwie, kommt nicht so richtig in Fluss, sondern ich habe immer das Gefühl, man kriegt so einzelne Szenen hingeschmissen und plötzlich ist dann der Monat um. Und das finde ich irgendwie ein bisschen zu flott geschrieben, würde ich mal sagen. Es gefällt mir bisher total gut. Es ist sehr atmosphärisch geschrieben. Es ist vor allen Dingen total toll, wie dieses Anwesen beschrieben wird. Und ich lese es sehr gerne. Es erfüllt auf ein paar Ebenen nicht meine Erwartungen und hat auf ein paar anderen Ebenen meine Erwartungen überrascht. Das fand ich bisher ganz gut. So und zum letzten Buch ein wieder völlig anderes. Kann ich euch ohnehin inhaltlich nicht so viel erzählen, weil es sich um den dritten Teil einer Fantasy-Trilogie handelt. Ich lese im Moment in einem Buddy-Read. Also wir sind nur zu zweit. Die Gabe der Auserwählten, das ist jetzt Band 3, der Chroniken der Verbliebenen von Mary E. Pearson. Es gibt, also im Englischen ist es eine Trilogie und Band 3 auf Englisch ist in zwei Bücher getrennt worden. Auf Deutsch finde ich jetzt nicht so gut. Wir haben jetzt jedenfalls den ersten Teil vom dritten Band fertig, also die Gabe der Auserwählten. Und jetzt kommt Der Glanz der Dunkelheit. Das ist dann sozusagen das vierte Buch auf Deutsch. Ich lese es aber sowieso auf Englisch. Das heißt, ich stecke immer noch im gleichen Buch. In Die Chroniken der Verbliebenen geht es um Lia. Die ist die Prinzessin in einem von drei Reichen, die so alle in der gleichen Welt angesiedelt sind. Und Lia soll mit dem Prinzen des Nachbarreichs verheiratet werden. Damit kann sie sich allerdings überhaupt nicht anfreunden und läuft dann weg. Das ist jetzt der Plot des ersten Buchs. Ich habe die Bücher ja so hintereinander weggesuchtet. Es gefällt mir wirklich sehr gut, auch wenn Band drei bisher jetzt wirklich sehr schwächelt. In Band eins läuft Lia jedenfalls dann weg und die Flucht scheint zunächst erfolgreich zu sein. Sie wird allerdings verfolgt. Und zwar von einem Attentäter, der die Schmach des Königreichs sozusagen beseitigen soll und von dem Prinzen, den sie hat stehen lassen. Und man weiß praktisch das ganze erste Buch über nicht, wer von beiden welcher ist. Also Lia trifft dann auf zwei Männer und es ist einfach nicht eindeutig, welcher von beiden der Prinz und welcher der Attentäter ist beim Lesen. Das fand ich total super. Mittlerweile ist Lia weit rumgekommen, war nicht mehr nur in ihrem eigenen Reich, sondern auch in noch einem anderen und hat viel erlebt, hat Feinde gesammelt, hat aber auch Freunde und Verbündete gesammelt. Und jetzt steht gerade Krieg bevor. Das ist sozusagen der Punkt, an dem wir jetzt sind. Und ich hoffe auf ein befriedigendes Finale. Im Moment habe ich das Gefühl, dass die Beziehungen, die in Band eins und zwei eigentlich sehr innig beschrieben wurden und die ich irgendwie sehr reif fand, also Lia und ihre Beziehungen mit anderen Figuren, die sind jetzt gerade so zurückgesunken auf kindisches Verhalten und unehrliches Verhalten und vormundendes Verhalten und irgendwie nervt mich das. Ich freue mich natürlich trotzdem jetzt auf den Rest des Finales. Also Band vier steht uns jetzt bevor, der Glanz der Dunkelheit. Ich hoffe, wie gesagt, dass es noch gut aufgelöst wird. Bisher kann ich die Reihe trotzdem empfehlen mit halt so ein paar Abstrichen. Das war es jetzt. Ich wollte euch einfach einen Einblick geben in die Bücher, die ich derzeit lese und höre und bin natürlich gespannt darauf, was ihr gerade lest oder hört und ob da vielleicht auch eine Empfehlung für mich dabei ist. Ich freue mich auf eure Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht es gut. Tschüss!